Wir in der CDU-CSU-Fraktion nehmen das, was uns die Ermittlungsbehörden, was uns unsere Polizistinnen und Polizisten sagen, ernst. Sie sagen uns, für bestimmte Straftaten, für schwere und schwerste Straftaten, um diese aufzuklären, um solche Straftaten zu verhindern, brauchen wir diese Verbindungsdaten und wir müssen unter engen rechtsstaatlichen Voraussetzungen auf diese Zugriff nehmen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017